So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Sam and Day to Die. Heute werden wir hier das Fundament erstmal fertig machen. Und mal das, ja wie soll ich, die Umrandung machen wir zumindest mal fertig. Das wir dann im Livestream irgendwann mal hier weitermachen können. So, ups, das war falsch, so jetzt. De, 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 de. Das Ding ist neun auf neun groß. Oh, das muss ich jetzt erstmal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, wir sind ja schon umgekommen durch meine Dummheit, wo ich da gemacht habe. Durch meine eigene Dummheit bin ich gestorben. Ja, das kann eben passieren, dass er durch seine eigene Dummheit stirbt. So. So, so, so. Sechs. Sieben. Alles jetzt, sieben, waren das jetzt acht. Eins, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht. Noch eins weiter. Aber wir machen gleich die Presse, ich mach grad, dass das hier noch zu Ende. Da ich es dann aufs Stream ein bisschen weiterbauen kann hier. Wir sind übrigens immer noch in der Stable Edition angekommen. So, äh, jetzt müssen wir grad noch irgendwie hochkommen. Da kommen wir hoch. So, natürlich wollen wir das hier ein bisschen befüllen, was wir jetzt nicht mitnehmen müssen, unbedingt. Das wäre das, das können wir zerlegen. Das brauchen wir nicht, das, 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 das brauchen wir auch nicht unbedingt. Das brauchen wir nicht unbedingt, das brauchen wir nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. pinsel auch nicht die zwei sache auch nicht so dass auch das auch nicht das nicht nur mit fein haben wir noch genug die eine ich mal mit die farbe das holz kann mitnehmen gut nach augen deshalb wehgetan wo ich da durch also da geht es auch nicht durch weil sie ja überall stacheln gerade so da ist nichts drin und rechnen wir uns in unserem lager wir können ja ich stehe ich auch gleich zu dinge zu dinge laufen zur zur händlerin die ist händlerin wo war die noch mal die war nämlich da wenn ich gucke was sie noch für eine schöne quest für uns hat können auch eine gute alte quest noch machen machen wir dazu dass keine keine fieslinge hier reinkommen sie was hast du so schön ist aufgabe aber ich sind bei stufe 3 ja 259 dabei hat auch ob er jetzt schon drin waren aber ich glaube ich nicht erst mal die die dreierkweste laut wird was sollen wir jetzt nehmen aber dann alles klar wir haben überhaupt gar nichts wo sei ich das motorrad hingekommen da kommen dann holen wir das auto wieder geht er noch ein bisschen was rein nehmen wir noch ein paar stein noch mit da sind ja fast keine minen mehr drin jetzt habe ich gedacht ich kann die mal nehmen mitnehmen für unsere harten base dann verwenden also wie schon gesagt das ist zement hier kommt messing hin und da kommen dann eisen hin da bin ich fleißig noch am bauen das dauert eine gewisse zeit weil mir auch langsam die rohstoffe da ausgehen jetzt müssen wir erst mal dahin fahren wir hinfahren wollten ab jetzt nicht ins wasser rein fahren lasse kaum sagt es schon mache es so nicht gegen felsen schwierigen felsen fahren so eine kacke hier also wunder wenn das bild so ein bisschen unscharf ist ich habe meine gute kamera jemandem geliehen als bin ich halt mit der so eine ich weiß was für eine kamera ist auf jeden fall so eine action cam ist es glaube ich habe ich jetzt angeschlossen hier dass ich wenigstens dass ihr wenigstens mich hinter mir wenn ich das jetzt weg macht dann könnte mein hintergrund nämlich alles hinter mir stehe hat ja so ein green street ist es ja so brauche ich nicht brauche ich nicht brauche ich auch nicht brauche ich nicht alles leder und stoff säuberes gebiet das eigentlich schnell ist selber das gebiet wo kann man was da drin ist wir aber mittlerweile schon eine fünfer schaufel achs die habe schon kräfte schub brauche eigentlich keine diesen besser was wir anhaben einmal du du monster du danke weg die habe ich nicht in die schirr funde aber jetzt habe ich die so eine scheiß spinne hier so eine scheiß spinne und wir haben jetzt nichts da um uns zu verbinden das hat total vergesse guck ich habe jetzt immer die hälfte so da oben da oben ist noch cobblestone ich glaube ich muss das bild auch ein bisschen größer machen das kann ich dann in der nächsten folge machen ich wünsche euch auf jeden fall dann noch einen schönen rutsch ins neue jahr 2022 vielleicht ändert sich ja nächstes jahr irgendwas mit corona hätte sich endlich mal alle impfen lassen würden hätten wir den den mist alles schon weg aber ihr wisst ja es gibt immer leute wo kein bock haben wo kein lust habe sich zu impfen weil sie angst da war die werden noch kränker wie sie wieso schon sind da geht es da geht es hoch und runter geht auch mal wieder auf ja alles verstehe manche leute nicht ich habe mich geimpft ich habe keine große nachteile jetzt empfunden will ich jetzt muss sagen ich hoffe dass man als ungeimpfter bald gar nichts mehr kann aber die regierung ist leider nicht so weit dass die auch mal aufwachen dass die man wissen auch wir sind an der falschen auf der falschen seite ich lasse mich doch mal kurz schnell sonst kann ich mich so nichts mehr groß machen aber jetzt sehen irgendwann kommt mal irgendwann kommt mal die eins geregelt das heißt also nur für geimpfte und da werden die anderen wollen schauen was sie dann draus machen da ist ein polizist den muss ich als erstes umbringen der falschen wir sind die ganze die ganze tour hier ja ich habe geschafft also nichts gegen die ungeimpften haben wir irgendwann reicht es mal irgendwann müssen sie auch mal klar im kopf sein aber das ist doch besser wenn man sich impfen lässt hauptsache nach spanien oder oder irgendein hochrisikogebiet fahren und dann hier corona wieder zurückbringen das sind die besten leute kurz ziemlich langsam an als mutter muss jeder für sich selbst wissen so was ist hier drin kann ich schon nicht aufheben ja der ist kaputt du willst hier rein kein problem ich darf nicht hier rein so alles ist praktisch dass das auto steht hey hallo ich wollte hier zeug rein tun was wir mit brauchen so und dann geht es hier weiter da schläft schon jemand und dann haben wir nicht schon gehöre da wird einer drin sein oh keiner geht das sind die waschmaschine und die druckner versteckt wir bleiben jetzt trotzdem mal hier im druckmodus man kann in die wiesen da steht nämlich auch noch so einer gerade mein arm brust schnapp und ok jetzt habe ich mich gehört jetzt ist es vorbei also eins der wo mich gehört habe papier kriege ich hier nur noch papier oder was und safe habe ich doch ich habe glaube ich die dritte dabei es war nichts es war auch nichts auch nichts auch nichts so jetzt nochmal neuer versuch ob kann man ein bild bissel größer gemacht immer hier dass ich mich besser erkennen könnt keine angst jetzt gibt es neue kamera mit besserer qualität und verband haben können was können wir was gegen den verband natürlich nicht ich habe die schirrfwunde noch 4 minuten ertragen das nehmen wir mit das ist brennholz hier drin kohle ist gut für schießpulver machen das eigene messer verkaufen so was ist jetzt noch nichts 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 der bürostuhl nehme ich nie mit ich weiß wie viel bürostuhl ich tragen kann so dann waren wir drin da waren wir drin von der kammer als müssen wir noch mal hier hoch hier sind irgendwo noch feinde da geht es noch weiter hoch ok aufs dach dach heißt immer geil angriff lustiger bin schneller was wissen du alter aus meister immer mal tot guck mal ich gebe dir mal mein messer aus so jetzt bist du nämlich tot da habe ich nicht gesehen wo der vorgeheuer gekommen ist aber da liegt er ja jetzt bist du da wieder runter ok da ist nichts da ist bisschen müll im müll ist bisschen was drin was wir gebrauchen können hier geht es weiter ok wo kommst du denn auf einmal her ganz wie sie ja voll um die ecke ich habe mich hier richtig machen wir da wieder zu richtig erschrocken ja von wo denn noch jetzt habe ich eine Gehnerschütterung wegen euch warum nur warum habe ich jetzt eine Gehnerschütterung bekommen kurzzeitig kurzzeitig haben sie sich alle aufgeweckt da bin ich nur mein Tresor noch knacken ich glaube ja ich habe sogar vier Punkte gemacht wo ich das Ding gebaut habe können wir gleich noch einsetzen haben wir jetzt gleich mal vier Punkte sind jetzt sage ich mal auf Schloss knacke noch drauf hier auf ok können wir nicht da brauchen wir auf da können wir machen zwei Punkte haben wir noch den restlichen zwei Punkte stecke ich da rein so jetzt und irgendwie macht mich der Zombie rechts neben uns nervös hier aber der braucht nur eine Weile bis er hier durch ist haben wir hier alles schon durch Papier wahrscheinlich oh ne ein Buch wo wir schon kennen oh ich glaube jetzt ist er fast durch ist hier drin da ist auch nichts drin von der Kammer wie nett Kaffee oder was kaputt ist wieder unterwegs von hier noch oder was ich habe sie übrigens wieder auf Krieger stehen die Schwierigkeit ist grad und neuer Punkt so sonst irgendwie hier noch noch Gegner wo eins aufs Maul wollen mit Sicherheit wir können auch tragen auch wir sind voll wir können nichts mehr tragen wo ich doch die schönen Stühle zerlegen dann mache ich das raus und mache das rein hier da ist schon was drauf da können wir es noch hinfahren ne äh reparieren ok bei euch zwar jetzt nicht unbedingt aber ist ja egal machen wir ein bisschen schneller hier verändern so jetzt habe ich da nicht wieder einen Platz frei das essen wir jetzt mal trinken dazu noch einen Tee können wir verkaufen jetzt sind das noch auf trinken noch was und jetzt habe ich da wieder jetzt habe ich da wieder ein bisschen Platz hier so gleich sehen gleich sind jetzt haben die sie da richtig wild so Kräte Buck haben wir ein Glück da nehmen wir die Dose vorher noch mit Dose Lachs ja der Rest brauchen wir nicht ich würde sagen wir sind jetzt beim finalen Lootraum angekommen die Quest habe auch schon abgeschlossen ne Fintour Wrench habe auch gefunden für unseren ähm für unsere nächste Werkbank so machen wir das erstmal so abgeschlossen machen wir aber schnell auf dann ist es nicht mehr abgeschlossen wo er das ist gut den benutzen wir gleich den zerlegen wir und den Rest nehmen wir mit das zerlegen wir auch mal was ist hier drin die Drei können wir jetzt mal so essen da ist auch wieder ein bisschen Platz drin hier wenn der da wenn der zum Beispiel das hier zerlegt der 25 Prozent weniger äh Einheiten raus die nehmen wir auch gleich mal ein die Vitamine das habe ich zerlegt eigentlich nie gern nie irgendwas gerne aber ich habe wirklich keinen Platz mehr und dann da geht die Tür auf ok das können wir auch schon da ist alles auch alles schon leer gut ein bisschen Munition die Roboteckteile hätte ich ganz gerne noch mitgenommen dazu zerlegen wir das hier halb ich zwar nichts davon aber was muss gemacht werden so jetzt gehen wir grad nur noch zu unserem Auto die Quest können wir nicht mehr abgeben es ist zu spät dafür aber jetzt waren wieder drei Geschäfte auf einmal und packe den ganzen Krimskram jetzt mal rein wo reingeht die Munition hält ich keiner aber wieder danke dir und fahren jetzt mal zu uns am Haus zurück zu dieser noch Base und wie gesagt wir sind ja gerade dabei unsere Base weit auszubauen hier und wie gesagt wir sind ja gerade dabei unsere Base weit auszubauen hier so wie gesagt beim nächsten mal probiere ich die Kamera anders zu positionieren ich sehe gerade die Position ist ein bisschen beschissen jetzt sehe ich nichts mehr voller Bäume hier aber die Bäume ist ja alle weg hier die Bäume ist ja alle weg hier wenn ich hier fahre komm ist auch alles gut dann fahren wir so rum jetzt bleibe ich überall eng ey ich bin doch hier oh jetzt bin ich schon wieder hier im Wald da ist es doch scheiß Wald okay die Bäume habe ich gepflegt äh angesehen wie die anderen Bäume so was brauchen wir denn für die Base nicht das ist eigentlich alles was wir brauchen nehmen wir mal alles nur mit und schauen wir mal was wir so hier die machen noch schön hier ein bisschen hier dann könnt ihr das hier auch gleich noch mitnehmen danke dir ähm das ist zu verkaufen das ist zu verkaufen Munition aber ich tue mal alles mal hier rein da gibt es ja wieso keine Ordnung im Moment ich tue ja wieso gerade im Moment alles umräumen also können wir mal irgendwo irgendwas hin bis auf das Essen das hat seinen Stammplatz so 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 das brauchen wir für die Horton Base das kommt hier rein das brauchen wir auch nicht unbedingt das kommt auch da rein da rein da rein da rein die CURVE kaufen die Nerd Brille so geht es mal weiter dann mal alles mal rein was wir brauchen können im Moment das nicht das nicht Beton brauchen wir die Farbe brauchen wir auch das brauchen wir das brauchen wir das brauchen wir nicht das brauchen wir auch im Moment nicht das nicht das nicht die Kisten werden langsam voll hier das brauchen wir auch nicht das brauchen wir auch nicht das brauchen wir auch nicht Munition brauchen wir wieso keine das Eis kommt mal da rein das kommt hier rein das kommt da rein das kommt da rein ich weiß dass ich da nichts zu suchen hat aber ich weiß im Moment echt nicht wohin ganze Käse natürlich dass ich vor dem umräumen Aktion gerade im Moment bin ah da ist meine Fünfer Schaufel wo ich schauen wollte ist gut kann ich sie nämlich dann auch verkaufen ok ich habe irgendwo meine ähm meine Reparatur Kids ich glaube die sind auf dem Auto die hol ich jetzt gleich mal so guck das meine ich das ist doch voll der Scheiß hier ich glaube das mache ich doch wieder weg hier aber 21.000 ne danke ich will auch nur hier raus aus dem Müll hier hab ich das gewusst das das so scheiße ist hätte ich das Ding da niemals hingebaut eines Tages reicht das Ding noch ab so das sind jetzt meine Reparatur Kids so jetzt geht es weiter hier jetzt kommt hier äh das Essen kommt nicht da rein das kommt da rein das kommt da rein das kommt da rein das kommt hier rein das kommt da rein da habe ich euch Fehler mitgenommen die brauche ich gar nicht da ist voll da kriege ich auch nichts mehr rein weil da auch alles voll ist die tue ich mal raus so da geht ab jetzt was rein das brauche ich nicht so der Rest brauchen wir alles noch die Vierer Schau wollte ich noch reparieren die wollte ich nämlich da noch verkaufen gehen so ich habe da noch ein paar Mods gehabt die kann ich gerade wieder zutun hier verändern 399 Dollar bringt die jetzt und die bringt jetzt 1083 wunderbar fällt mir so dann kommt der jetzt nämlich da rein und dann haben wir alles geschafft den Sand brauche ich jetzt nicht so den Sand tue ich mal irgendwo rein wo Platz ist jetzt ein Beispiel hier rein so dann machen wir auch hier ein paar ähm Pflastersteine noch die müssten reichen so dann ist die Folge auch schon wieder beendet schön dass ihr dabei gewesen seid ciao euer Christoph D86 tschüss tschüss